Die Suche nach der Liebe Autor Hossein Hilbert Untertitelung des ZDF, 2020 Diese Geschichte Wunder der Liebe Auf einer Familienfeier Waren eine schöne und charmante Dame namens Mavash und ihr Mann Ruzbe anwesend. Ruzbe und ich unterhielten uns. Einer der Gäste namens Hamid, der neben mir saß, begann zu rauchen. Ich stand auf und setzte mich etwas weiter weg. Da er merkte, dass der Zigarettenrauch mich stört, entschuldigte er sich und verließ den Raum. Ein paar Minuten später, nachdem er geraucht hatte, kam er zurück und sagte, ich habe auf jede erdenkliche Weise versucht, mit dem Rauchen aufzuhören, aber es hat nichts geholfen. Manche sagten mir, der beste Weg sei, nach und nach mit dem Rauchen aufzuhören, das heißt Alle paar Tage eine Zigarette weniger zu rauchen, damit die Nikotinsucht meines Körpers nach und nach verschwindet. Das habe ich versucht, aber es hat auch nicht funktioniert. Ruzbe sagte, als ich Single war, hatte ich drei Süchte gleichzeitig. Jeden Nachmittag, nach der Arbeit, spielte ich mit einem Team bis spät in die Nachtpoker. Während des Spiels tranken wir viel alkoholische Getränke. Unser Abendessen bestand aus Sandwiche, die wir während des Spiels am Spieltisch aßen. Ich habe drei Packungen Zigaretten am Tag geraucht und oft eine neue Zigarette mit zu Ende gerauchte Zigarette angezündet. Als ich Marwasch sah, war es lieber auf den ersten Blick. Mein ganzes Aussehen war unattraktiv und gefiel keinem Mädchen. Ich hatte keine Hoffnung, dass sie mich als Ehemann akzeptiert. Aber wenn ich mein Glück nicht versuchen würde, würde mich, mein ganzes Leben lang, der Gedanke quälen, warum ich es nicht versucht habe. Als ich mich bei seiner Familie um sie bewarb, sagte ihr Vater beim Abschied, wir werden sie später telefonisch über die Antwort meiner Tochter informieren. Ich dachte mir, sie erfüllten den Brauch der Gastfreundschaft und wollten nicht gleich in ihrem eigenen Haus eine negative Antwort geben. Als ich die positive Antwort am Telefon erhielt, platzte ich vor Freude, als würde ich in den Himmel fliegen. Später erfuhr ich, dass ihr Vater gegen diese Heirat war und zu ihr gesagt hatte, du bist schön und noch sehr jung, es gibt viele Verehrer für dich und du kannst bestimmt einen besseren Mann heiraten. Aber als er sah, dass seine Tochter daran interessiert war, mich zu heiraten, respektierte er ihre Entscheidung. Er warf mir nicht nur keine Steine vor die Füße, das heißt, stellte keine schweren Bedingungen, sondern half er mir sogar, und unsere Hochzeitsfeier fand in seinem eigenen Haus statt. Die Vorstellung, dass Mawasch meine Frau wird und wir unter einem Dach zusammenleben werden, gab mir so viel Kraft und Entschlossenheit, dass ich von diesem Moment an alle meine Süchte aufgab. Ich konnte diesem schönen und jungen Mädchen, in das ich mich verliebt hatte, nicht sagen, ich habe einen zweiten Job und komme spätabends nach Hause. Wenn du hungrig wirst, isst dein Abendessen und Schlaf. Hamid sagte, sind sie nicht in Versuchung gekommen, das Spiel nicht ganz aufzugeben, sondern früher nach Hause gehen. Also zum Beispiel nach zwei oder drei Stunden spielen. Ruzby sagte, Spieler legen eine Zeit fest, zu der jeder bis zu diesem Zeitpunkt spielen muss, denn es ist möglich, dass eine Person, die Glück hatte und eine große Menge Geld gewonnen hat, aufsteht und sagt, ich höre jetzt auf, und das Spiel verdirbt. Daher konnte ich nicht sagen, ich spiele nur zwei oder drei Stunden. Selbst dann, vorausgesetzt, sie würden es akzeptieren, wie könnte ich mit dem Gestank von Alkohol und Zigaretten zu meiner Frau gehen. Aber was noch wichtiger war, bei der Arbeit schaute ich ständig auf die Uhr, um zu sehen, wann meine Arbeit zu Ende ist, damit ich endlich zu meiner Frau gehen kann. Ich hatte kein Interesse mehr am Spielen. Hamid fragte, haben sie nur Poker gespielt? Ruzby antwortete, fast, manchmal spielten wir als Abwechslung Blackjack, was sehr nervenaufreibendes Spiel ist. Ruzby lächelte bitter und sagte, du bekommst zum Beispiel ein Ass, die nächste Karte ist ein Bube und die dritte Karte ist ein Zehner und du bist pleite. Oder die Summe deiner Karten ist 17. Wenn du keine Karte mehr nimmst, verlierst du wahrscheinlich, wenn du nimmst, wirst du wahrscheinlich pleite. Hamid sagte, weil ich Blackjack nicht kenne, verstehe ich nicht, was das alles bedeutet. Ich sagte, ich verstehe gut, was Herr Ruzby sagt. Obwohl ich nie ums Geld spiele, geht das Spiel mir trotzdem auf die Nerven. Hamid sagte, obwohl ich nur eine Sucht habe und nicht mehr als eine Schachtel Zigaretten am Tag rauche, konnte ich es mir nicht abzugewöhnen. Sie haben wirklich starke Willen, drei starke Süchte auf einen Schlag, zu beenden. Ruzby sagte, ich hatte keinen so starken Willen, sonst hätte ich das früher getan. Ich nenne es das Wunder der Liebe. Ich habe seit 20 Jahren kein einziges Mal ums Geld gespielt. Manchmal spiele ich Backgammon auf Partys, aber nur aus Spaß und Unterhaltung. In dieser Zeit habe ich nicht einmal eine Zigarette angerührt und nur alkoholfreie Getränke getrunken. Ich sagte, eine Sucht loszuwerden ist eine schwierige Aufgabe, aber es ist noch schwieriger und wichtiger, dass die Sucht nicht zurückkehrt. In diesem Sinne ist Herr Ruzby wirklich lobenswert. Hamid fragte, haben Sie nie diese Singlezeit vermisst? Ruzby sagte, Nein, Heirat mit Mawash hat mir das Leben gerettet, weil wir bis spät in die Nacht gespielt haben und ich musste am nächsten Morgen zur Arbeit. Schlafmangel brachte mich langsam um, Zigaretten ruinierten meine Lunge und Alkohol meine Leber. Das Glücksspiel zerstörte meine Nerven, besonders wenn ich Pechsträhne hatte und ständig schlechte Karten bekam. Wenn ich dieses Leben weitergeführt hätte, weiß ich nicht, wie lange ich durchgehalten hätte. Ich fragte, wissen Sie etwas über Ihre Freunde? Er sagte, nein, sie waren nicht meine Freunde, sie waren nur meine Spielkameraden. Als nächstes Mal,ありがとうございます. bt. Vielen Dank.